Paragraf 291a Absatz 3 SGB V Elektronischer Arztbrief, elektronische Patientenakte und Patientenfach Durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens können medizinische Informationen schnell und sicher zwischen den an der Versorgung Beteiligten ausgetauscht werden. Diverse Anwendungen sind im E-Health-Gesetz vorgesehen, um Prozesse durch elektronische Kommunikationsinstrumente zu optimieren, unter anderem der elektronische Arztbrief, die elektronische Patientenakte und das elektronische Patientenfach. Durch den elektronischen Arztbrief können medizinische Informationen schnell und sicher zwischen Ärztinnen, Ärzten, Psychotherapeutinnen und Therapeuten sowie Krankenhäusern übermittelt werden. Der E-Arztbrief soll ohne Medienbrüche und ohne Zeitverzögerung erstellt und zwischen allen Praxisverwaltungs- und Krankenhausinformationssystemen ausgetauscht werden können. Er wird wie gewohnt im eigenen System erstellt. Aus diesem System heraus wird der E-Arztbrief über eine sichere Verbindung an ausgewählte Adressaten geschickt. Momentan wird hierfür KV-Connect genutzt. Perspektivisch das Gematikprojekt COMLE. Es ist nicht mehr notwendig, die Dokumente einzuscannen, auszudrucken und per Post zu verschicken. Mit nur einem Knopfdruck können die jeweiligen Empfängerinnen und Empfänger den E-Arztbrief in ihr eigenes Praxisverwaltungs- bzw. Krankenhausinformationssystem aufnehmen. Das E-Health-Gesetz sieht eine Förderung des E-Arztbriefes vor. Zu gleichen Teilen sollen Versand und Empfang eines E-Arztbriefes im Jahr 2017 mit einer Gesamtsumme von 55 Cent vergütet werden. Voraussetzung für diese Vergütung ist die Nutzung einer qualifizierten elektronischen Signatur. Das E-Health-Gesetz fordert darüber hinaus, den Einstieg in die elektronische Patientenakte. Bis zum Ende des Jahres 2018 sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, den an der Behandlung Beteiligten fall- und einrichtungsübergreifend alle relevanten medizinischen Daten in einer elektronischen Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Diagnose und Therapie sollen auf diese Weise optimiert werden. Ab 2018 sollen Patientinnen und Patienten zudem die Möglichkeit erhalten, ausgewählte Daten in ein elektronisches Patientenfach auf der EGK aufzunehmen. Die Patientinnen und Patienten entscheiden selber, welche medizinischen Daten im Patientenfach gespeichert werden und wer darauf zugreifen darf. Zum Beispiel könnte der Medikationsplan darin abgelegt und digital verfügbar gemacht werden. Im Patientenfach können zudem Daten gespeichert werden, die Patientinnen und Patienten selber erheben, zum Beispiel heimische Blutzuckermessungen oder Daten von Wearables. Patientinnen und Patienten sollen die Daten aus dem Patientenfach auch außerhalb der Arztpraxis eigenständig einsehen können. Somit sind sie genauer über Diagnose und Therapie informiert und können bei der Wahl der Therapie besser mitentscheiden. Selbstbestimmung und Transparenz steigen. Bei Bedarf soll auch nichtärztlichen Behandlerinnen und Behandlern wie zum Beispiel Physiotherapeutinnen und Therapeuten oder Erbringern von Hilfsmittelleistungen ein Zugriff auf das Patientenfach ermöglicht werden. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass diese eine eigene Anamnese durchführen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017